Ja, ich würde mit dir TikToks schauen. Perfekt. Du hast gewonnen. Du hast schon eine starke Handfläche. Deine Hand ist aber crazy. Ja, oder diese Hand, die kann ich da eher spielen. Deine Hand ist größer? Ja, genau. Aber das ist allgemein kleiner. Das hat leider gerade viel zu gut funktioniert. Ja, das kriegen wir hin. Beide haben es lange nicht mehr gesehen. Wie geht es dir? Wie geht es euch, Freunde? Ja, links und rechts. Ja! Oh, shit, my camera front. I gotta go. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Ew. Ew. Kennst du? Kennst du? Das ist der Light Skin Stare. Strong. Strong. Hast du das? Gut gemacht. Der Team ist strong. Aber warum hat der Öl gesagt? Das check ich nicht ganz. Die war einfach verwirrt. Das war zu viel für die. Das war zu viel. Das war einfach zu... Also. Kannst du das einmal machen für die Cam? Einmal einen Light Skin Stare? Ich kenn das doch gar nicht. Du musst so, so. Ja, ey, okay. So machst du. Okay. Ich hab das doch gar nicht gesehen, was du gerade gemacht hast. Guck in die Kamera. Guck in die Kamera so. Okay, so soll ich gucken. Wow, aber das ist echt gut. Wenn ich so... Okay, ich versuch's. Okay, ich versuch's. Ja, ich glaub den Mund würd ich nicht so pressen. Ich kann das doch... Mann! Wir machen bei drei gleichzeitig. Oh, das wird so cringe. Ich versuch's. So. Weltsch! Ihr Name ist Kirai Yoshikage. Kein Geist. Ich schau's nicht. Schau's nicht. Oh, lass mir. Ich glaube, es war zu viel. Es war zu viel, ja. Es war ein bisschen zu hoch. Bist du derjenige, der gerne einlädt? Ja, sehr gerne. Ja? Du lädst sehr gerne? Ah, okay. Du auch? Nee, ich lasse mich gerne einladen. Ja, okay. Ich lasse mich gerne einladen. Ja, ich lasse dich mal eins in einem Essen. Die Sache, mein ganzes Geld ist schon weg. Das ist schon auf einer Bank in Singapur. Da habe ich gar keinen Zugriff mehr drauf. Ja, weil sich meine Fingerprints geändert haben. Und das war alles mit Fingerprint. Jetzt komme ich da nicht mehr rein. Mein Geld ist weg. Jetzt ehrlich? Nein. Okay. Unexpectable. Wahrscheinlich irgendwas per... Wait a minute. How is this possible? Crazy. Das ist... Das kann man unerwartet. Hast du reingeguckt? Ich schon. Hast du reingeguckt? Ich habe reingeguckt. Ich bin ehrlich. Du hast reingeguckt, ja. God released yet come my child. Oh, dicker. Was ist das? Laber nicht. Gleich ist er weg. Das können wir auch machen. Wer ist der, der nach oben fliegt? Spring mal einfach. Ich kann nicht springen. Achso, shit. Ich kann nicht springen. Ich habe kaputten Fuß. Maxi hat ein kaputtes Bein, by the way. Hat er beim Fußballspielen. Ja. Ich habe mich geholt. Ich tue es als würde ich schwingen. Tu mal so, als wirst du springen. Du musst... Oh, aufsteigen. Nein. Ich muss aufsteigen. Achso, okay. Du... Aber besser Kommentar. Ich nach der Mathearbeit. Einfach so direkt in Heaven. Direkt dead. Wenn du nach 8 Stunden Arbeit kaputt zu deinem arbeitslosen Freund gehst. Sind wir das oder sind wir der arbeitslose Freund? Arbeitslose Freund. Safe. Wir sind der arbeitslose Freund. Ja, safe. Oder? Ja, genau so. Jede Nacht ist es manchmal schon ein bisschen stressig, weil die Nachbarn sehr oft anklopfen. Ich glaube, wir sind eher das hier. Ja, müde, tot. Die ist aber auch schon sehr talentiert. Oh ja, okay. Krass, dass Transitions immer noch so ein Ding sind, aber... Die macht es echt gut. Also, ja. Ich glaube, finde ich so aus. Ich schade, ich dachte, da kommt noch einer. Nach einer Transition, meine ich. Warum? Das ist also... Da waren drei insgesamt, ne? Allein hier war sie doch schon perfekt. Brauchte du eine erste Zinsen. Ich verstehe. Ich fand es gut. Ah, guck mal, was habe ich... Was denn? I'm a little bit for you. Ich kacke auch. Aber ist das... Hast du drauf gemalt? Ein neues Tattoo. Achso, cool. Geil, oder? Das ist so gut. Ey, darf ich einen TikTok kurz mit dir machen? Klar. Was ist jetzt zu machen? Muss ich irgendwas können? Ne, ne? Ich kann nämlich nichts. Das kam so unerwartlich. Das war nur auf die Nase. Du gehst mal nicht. Ich weiß ja, ey. Warum machst du auf 0,5 auch? Es sieht so schrecklich aus. Es sieht so schrecklich. Sorry, das wollte ich nicht. Was wolltest du sonst machen? Ich wollte einfach... An die Lippen, ne? Ey, das ging... Einen Finger flutscht auf einmal so schnell rein, weil die... Ja, ich hab den Mund halt aufgehoben. Ich dachte, du wolltest rein. Du hast mir keine Signale... Ach, egal. Du hast mich verwirrt. Wir ignorieren das. Es ist nie passiert. Es ist nie passiert. Scheiß drauf. Alles gut. Ich hab mich gerade gefühlt wie eine Nudel. Mädels, bevor ich ihn heirate, kennt ihn jemand? Kennst du den Trend? Ne. Der ist über funny. Guck, und jetzt... Alle geben ihm Rücken so. Mein Ex hatte was mit jedem, außer mit ihm. Ich habe ihn mal nach der Urzeit gefragt. Er hat gesagt, er hat nur Zeit für seine Frau. Alle backuppen ihn. Hier, ich habe ihn nach 2 Euro für Trinken gefragt. Hat mir sein ganzes Geld plus G-Klasse geschenkt. Meinte, solange er dich hatte, hat er alles. Wow, aber voll. Er hat mein Haus vor einer brennenden Katze gerettet. Er hat mein Haus vor einer brennenden Katze gerettet. Warte, fein. Er ist ein Ehremann. Wirklich. Alter. Hä? Was sind 20% von 40? Die Hälfte. Der Vater sieht aus, als würde er ihn schon eh nicht leiden können. Ja. Jetzt auch viel weniger. Die Hälfte. Ey, ganz kurz. Dieser Mann braucht einen Preis für die beste und sympathischste Lacher. Ja, die ist echt super sympathisch. Ihr Fetische sind nichts, was du schämt werden sollst. Obwohl deine Fetische zu schämt werden sollst du sehr schämt werden sollst du sehr schämt. Du schämtlige kleine Mann. Strong. Ich habe nur die Hälfte gehört. Du sollst niemals schämt werden. Genau, außer du willst geschämt werden. Okay, man ist... Du. Was reimt sich auf Gerd? Ein Adler, der versucht hat zu fliegen, hast du versucht einzusperrt. Ja, es war so kack, es war so kack. Du versuchst einzusperrt. Aloe Vera. Denke ich mir auch gerade. Die machen ja meistens immer so Creme draus, die schmieren sich ein, benutzen das Gleitgel. Ich finde das immer so geil, Alter. Ich finde, boah, das ist aber auch so eine geile Konsistenz. Ich mag diese Glitchige voll extrem. Es war auf meiner Haut, überall. Hä? Wer brät das, der? Ah, will er das essen? Ich bin verwirrt. Ich glaube, der Bauch damit... Okay, nee. Boah, das ist zu... Das war mir zu intensiv, das war der Merk. Der hat es aber richtig gefühlt. Das Mikro ist hier im Mund irgendwo drin, glaube ich. Das Mikro ist im Magen bei ihm. Bruder, guck mal, hör mal. Guck mal, hier ist sein Gesicht. Boah. Mir hat es aber gar nicht gefallen, oder? Doch, mir... Hä? Digga, das ist doch das... Also das ist doch 100% gefallen in seinem Gesicht. Guck mal, erkennt doch mal seine Mimik. Er sagt so, oh, ist das geil. Erkennt du es anders? Ja. Hä? Okay, dann müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es erkennt. Aber ich sehe gerade einen Hardcore Genießer. Schreibt mal rein, ob ihr das sieht, oder das, was Maxi sieht. Ich habe gerade eine coole neue Art gefunden, um Kunst zu machen. Eine coole Art, um Kunst zu machen? Ah. Ja. Das ist eine coole Art. Ich finde es auch eine coole Art. Ist das so bei dir? So oft gehe ich nicht in den Gym. Oh, Tag 3 schon Ende, Alter. Ja, wirklich. Aber doch, eigentlich schon, wirklich. Wenn du mit... Naja, nicht vorbeigehen, aber wenn man so zum Rack immer wieder geht... Jetzt gehen die gleiche am Ende zusammen. Oh, ist das... Okay. Ist das so bei dir? Nein, nein, okay. Ist das so? Nein, nein, okay. Bei mir ist das nicht so. Dann gehe ich auch nicht ins Gym. Gerade dann gehe ich ins Gym. Da wird reingefilmt in so einen... Kamin. Kamin. Wie heißt das Tee nochmal? Apossum? Du bist echt gut. Apossum würde ich jetzt auch mal sagen. Okay. Aber ich hätte jetzt wirklich gesagt, eine Maus oder so eine Katze oder was dazwischen. Wer hat ihr wehgetan? Ja, wirklich. Die Arme. Und die lebt da einfach. Und da steht mir vor, da kommt so eine riesige Kamera auf einmal in dein Haus und filmt dich, wie du gerade am chillen bist oder um Wienern bist. Du Wiener-Sticklein. Wollte ich gerade sagen. Boah, wie unangenehm wäre das. Das wäre mega unangenehm. Was kommt hier? Sie läuft weg. Wo läuft sie jetzt hin? Es ist... Hä? Ich check gar nichts. Ey, ich hab... Ich muss... Ey, ich check... Diese vene-mäßigischen TikToks check ich nicht. TikTok ist weird. Ich check's nicht. Wie a woman simply existing without children. Oh, don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this. Ist das... Ich weiß nicht, da kann man ja mal die Mütter fragen. Ist das so? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mütter, bitte kommentiert jetzt dieses Video, ob es so ist oder nicht. Ew, ew. Nee? Ja, wir geben denen ja ein bisschen Zeit, dass die auch schreiben können. Ach so, eben. Ja, also wir brauchen ein bisschen länger mit einem Finger, ne? Oh, das hab ich nicht gesagt. Alle Mütter gerostet. Nein, 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 ich hab meine Mom als Beispiel genommen. Okay, die macht halt immer so, deswegen... Ja, aber deine Mom... Meine Oma auch. Die hat auch noch ein Smartphone, so, ne? Oh, jetzt vergleichst du die Mütter in meiner Community mit deiner Oma. Oh, okay. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hold up. Hold up. Junge. Möge es dir passieren. Mir? Ja, weil du meine Community begleitet hast, beziehungsweise den Mütteranteil. Ich hab doch... Ja. Oh. Alle Mütter in meiner Community, nachdem du das gesagt hast, was du gerade gesagt hast. Ja. Ja. Aber er hat schon Power, also er hat schon Energie. Guck mal, so einen Kick abzubekommen, das wird schon wehtun. Nicht lange, aber wehtun. So, ähm, bist du jetzt auch wieder zurück auf YouTube, nach deiner langen, sehr, sehr langen Pause? Ja. Du hast eine lange Pause, hast ja eine kleine Selbstfindungsphase gehabt, ja im Dezember und auf Januar, da warst du ja recht weit weg irgendwie Richtung... Da bricht sich ja jeder den Fuß. Ich will dich jetzt nicht abwerten, aber... Die steht dir aber actually saugut. So, schaut bei Mexi vorbei. Muss aber nicht.